Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge Remember Me und wir seeeeeeen im Supermarkt irgendwo die Angriffe von dieser Monster Menschen sagen ich so das ist immer aggressiver wir gehen weiter letzte Folge was haben wir gemacht eigentlich gestern gespielt ist alles weiter ich habe keine Ahnung mehr ja ja stimmt wir waren da in dieser Umgebung wo wir war am ganz Anfang bei The Laboratory testen gemacht da ist er ich bin Trace die Spur die dir vorangeht kein Dropship hilft dir diesmal Kapten ich Hä? Achso. Ich glaube ich. Ja. Ich glaube ein bisschen. So. 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 Ich habe vergessen. Aber wir waren da wo wir am Anfang waren. Also in dem Gebäude wo war der Laboratorium. Teste. Nach den Menschen. Nach den Menschen. Da wo wir die Menschen testen. Und der. Wie heißt der. 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 Garn. Garn oder Ja. Es ist ja gar kein Bruder Hat uns gerettet Und er hat unser Leben gerettet Oder Nilo. Er hat sie da raus geholt Stopp. Lass mich in Ruhe! Stopp. Okay Okay Ähm Hä Ah Ich habe keinen Fokus oder auch Gut Alter Also einer weg Du Schlampe Ich bin keine Schlampe Scheiße Daneben Alter Schwalte Alter Schwalte Komm komm Oh Der muss noch explodieren Achso du sollst Oh So okay Ein bisschen Können wir ein bisschen ruhiger kämpfen Nur den einen Schild So So Gut Jetzt müssen wir uns aufladen Eieiei Aua Aua Guuut Komm Eigentlich der Okay Jetzt kann ich Ein bisschen Eilig Halt auf Yeah Gib dir T trash Tee 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 So Endlich diese gedanke Weil ich bin somanship Tee Ich hab's mir gedacht jetzt. Oh. Nexen oder was? Hohohohohoho. Scheiße. Aaaaaah. Also. So, der ist weg. Komm. Äh, ja gut. Oh. Alter. Komm. Komm. Komm, komm, komm. Oh. Okay, ein bisschen haben sie mich geheilt. Ist gut. Juhu. So, jetzt. Jawoll. Einen weniger. So. So. Und wo? Bube, so. Ein Honk. So. Alter. Komm. Ja, ist klar. So. Oh, ja. So. Oh, ja. Hab ich noch was freigeschaltet habe ich schon noch. Äh. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Y kann ich nur mal freischalten. Zeit. Sauge. Kann ich schon. Aber. Ich will Käthe haben. Für diese letzte Angriff will ich noch stärker. Also Übel trinken gehe. aber kann ich nur zeit machen oder lieben hier rein du kannst ist klar ich kann kumpo gut also weil ich hier bei leben haben es alles freigeschaltet deswegen weil wir herausgekommen ich weiß nicht ob er kann das sehen bei mir steht kannst du kung fu ich glaube schon ok da ist eine gamex da müssen sie durch hier auch nacht scheiß es ist zu spät er ist schon einer von ihnen ich durchsuche trotzdem sein gedächtnis man weiß ja nie ok ok und jetzt spring jawohl du bist wester nil ach so nach unten ja nil nicht alles hält so gut wie du wolltest hast du die codes? nur fetzen und emotionen aber auch das fragment eines neuen rätsels vielleicht nach einem mnemonic? nicht nicht ist wie du musst das gedächtnis dieser beiden mutanten durchwühlen um das rätsel endgültig zu lösen Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Sie sind entwischt. Was war das? Pian. Was sind die? Okay. Oh, die Scheiße. Weil ich muss kennen, so. Wow, nicht schlecht. Aua. Ah, scheiße. Zu spät. Aua. Ach, die Scheiße. Also ich bin sicher. Ah. Eigentlich muss ich diese weißen zerlegen erstmal. Aua. Aua. Ah, genau. Dich, das habe ich gesucht. Dich, das habe ich gesucht. Alter Alter Ja, doll ist klar komm schon, yeh! wo sind die, wo sind die, wo sind... so jetzt fattig, zurück shit oh oh Alter, heile deinen Sauern, hast du den Weg! Du bist zu Kreuze! Okay! Alter! Nicht schlecht, Nidl! Es ist einer, welcher muss vernichtet werden. Wow! Aber du bist gleich dort! Da ist er! Okay! Aua! Okay! Aua! Ja, die weißen gibt's nicht. Fünf Schritte, geil! Schlafen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020